Habe ich dich mitgedächtet ehrlich gesagt. Kurze Frage, durch das Vorbeilassen habe ich gerade eine Strafe bekommen. Jetzt reichen ich mir runter. Jetzt hast du keine Begründung. Ja, ich habe keine Begründung bekommen. Achso, weil ich hinter den Fahrrad fahre. Dann muss ich mal kurz durch, wie du sehen kannst. Ziehen wir ab. Ja. Alter, ey! Noch hast du Platz, hoffe ich. Sonst wäre es meine Schuld gewesen. Ich war halt genau auf dem Körper. Ich habe es gerade noch so retten können. Ich bin da ein bisschen mit dem Gas an und konnte es gerade noch so... Jetzt komme ich meine Strafe. Ein Millimeter mehr und ich wäre tot gewesen. Fertig. Welcher hast du hier bekommen? Ja, okay. Dann sind wir einfach geile Fahrrad. Anders kann man das nicht sagen. Ja, okay.